Hallo, mein Name ist Lorenz Beckmann. Ich stehe für die Themen HANA, SVHANA und HCP bei der Intelligence in Deutschland. Was bedeutet Live-Business für unsere Kunden? Für einen wird es bedeuten, dass er in der Produktion viel Geld einsparen wird. Es ist ein Kunde aus dem Bereich Lebensmittelindustrie. Dort geht es darum, die Fließfertigung der einzelnen Chargen in Echtzeit zu überwachen. Das heißt, die Maschinendaten, die Sensordaten, die die Maschinen auch über den Zustand der Charge liefern können, werden in Echtzeit in das HANA-System, das ERP-System hineingegeben. Dort werden sie überwacht, verarbeitet. Sie werden visualisiert in Form von Dashboards direkt in der Produktion, sodass man schon allein visuell sehen kann, ob alles in Ordnung ist. Aber darüber hinaus, wenn bestimmte Schwellenwerte unter- oder überschritten werden, werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet, sodass man dann vielleicht den bis dahin guten Teil der Charge abtrennen kann. Dann kann man das Problem versuchen zu beheben, vielleicht den Rest der Charge noch zu retten, sodass man anstelle die Charge im Ganzen, im Nachhinein, vielleicht aufgrund der Ergebnisse der Qualitätssicherung, verwerfen zu müssen, in großen Teilen retten kann. Dies durch die Fähigkeiten der HANA, die Maschinendaten in Echtzeit zu verarbeiten, zu visualisieren und entsprechende Prozesse anzustoßen. Das ist Live-Business für unseren Kunden. Wenn Sie ähnliche Herausforderungen, Fragen oder Pläne haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir sind für Sie da, ganz im Sinne von Live-Business. Live-Business